Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit bei mir, wieder bei Packs Gamer. Diesmal geht es bei Best of Promise, aber auf 4 vor 17 und wir werden gleich zu dem ersten Pack gehen. Oh mein Gott! Okay, wir haben nur noch 4 Packs vor uns und jetzt kurz vor Schluss kriegen wir nochmal ein Spiel aus der Ruhe. Einfach mal zieh, Barcelona! Ja, das ist schon gerade so ein bisschen. Diesmal wurden wir nicht getrolt, diesmal wurden wir nicht getrolt. Oha, ich dachte ehrlich. Oh, ein Workout! Ein Workout! Komm schon, lass uns eine gute Warmdung sein! Ja, Mann! Müller, oder? Ja, nein. What the fuck? Was ist das? Ah, du riechst! Was? 93! Wo kommen die plötzlich her, die geilen Karten? Leonhard, danke für deine Donation. Packlack ist am Start, würde ich sagen. Und ich glaube, die Spieler wurden jetzt geupgradet. Denn diesmal hat auch der Spieler, den wir im Pack haben, schon das geupgradete Rating. Eine Walkout-Scream-Karte. Oh, oh, ein Workout! Ein Workout! Ein Workout! Komm! Na, die Sternenschnuppe war nicht so groß. Die Sternenschnuppe war nicht so gut. Nein. Warte. Frankreich? Grimmarie. Oh, ich dachte, es wäre ein Tschech. Oh mein Gott! Nice! Nice! Aber ich muss mehr... Oh, das ist ein Workout! Das ist ein Workout! Komm, lass es einen guten sein. Oh, oh! Brasilien! Neymar! 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 Was? 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 Gib ihm, nigga! Danke an alle, die gesagt haben, wir sollen Becks aufmachen. Zumba! Motherfucking! Neymar! Gibt's nicht, nigga! Okay, der hat ungefähr eine 87 oder so. Okay, das ist ein Deutscher. Komm, ZM. Nee, ZM. Ösie! Oh, das ist nice! Ösie kostet... Ösie, 89er. Übelst viel! Und der ist 89? Alter, was war das so ein krasses Set? Komm schon, der ist über 50k-Wert, oder? Guck, wir schauen auf den Marco. Vielleicht ist der 90er. Was? Der kostet... ... das Set aufmachen. So, er macht sich das. Ich weiß nicht, was ihr jetzt aufkloppt. Ich glaube, es wird ein Legende sein. Und ich hoffe, dass es ein Walkout sein wird. Oder einfach nur irgendwas, was krass ist. Das ist kein Plan, man. Allein, dass wir eine Legende ziehen, ist schon heftig, man. Oh mein Gott, ich werde jetzt aufmachen. 3, 2, 1. Das Pack geht auf. Das Pack geht auf. Wir sind ein Walkout. Ist das die Legende, oder? Ist das jetzt eine von den roten Karten? Nein, es ist die Legende. Eine Walkout-Legende. England. Welche guten Englander gibt es? Stürmer? Okay, das kann schon was werden. Sherrygham. Okay. Ist in Ordnung. Das ist schon eine von den schlechten Legenden. Aber ey, ich beschwer mich nicht, man. Das ist eine scheiß Legende, die wir hier bekommen haben. Und jetzt sehen wir... Komm schon, 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 komm schon. Oh, was? What the fuck? Zu viele Objekte? Oh mein Gott. Müller, Isco, Kostad. Alter, wie viele Objekte haben wir hier? Das sind so viele Objekte, die wir hier im Set drin haben. Die können nicht mal alle angezeigt werden, oder was soll das eben? Der Gitter, lasst uns ein Walkout. Und ja, Mann. Bitte lasst es eine gute Walkout-Kasse sein. Oha, die Sternenstippe war richtig klein. Tscheche, oder? Nee, es ist... Bitte, Pogba. Pogba! Ja, Mann. Pogba, look at my damn. Was ist los hier? Was ist los hier? Die Sternenstippe war so klein. Ich dachte, das kann nichts Gutes sein. Und plötzlich ist hier Pogba am Start. Wie viel ist der wert? Den habe ich gar nicht mehr im Verein, weil ich den verkauft habe, weil er so viele Coins gebracht hat. Das ist einfach nur unmenschlich. 500.000 Coins für Pogba. War das Pack-Operning, das erste FIFA 17-Pack-Operning, schon richtig nice. Oh mein Gott, was ist das für eine Flagge? Argentinien. Und das ist... Higuain. Ja, das ist das letzte... Und der hat einen 8-Sign-Singer-Rating. Richtig nice. Und hier haben wir auch mal die Animation. Und wir haben direkt beim Pack gesehen, dass es viel länger gelangt hat, als die anderen Packs. Von daher hat er doch schon so ein kleines Lissens, dass das ein richtig krankes Pack wert könnte. Und es wurde auch ein richtig krankes Pack von Higuain. FIFA 17, ja, von 16, hat er auch richtig Glück gehabt. Das lässt sich doch jetzt auf jeden Fall sehen. Und ja, das war's. Leckig. Ja, ja. Oh mein Gott, du willst hier noch einen Jaya-Touré. Ja, 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 ja. Aber der hat nur noch eine 84. Richtig schade. Und jetzt geht man da hoch und tschau.